Pizzi-Chili. Um was zu essen? Pizzi-Chili? Also ich glaube nicht, dass man das essen kann. Pizzi-Pizzi? Pizzi-Chili? Pizzi-Chili, ja, das ist eine meiner Leibspeisen, aber Pizzi-Chili kann ich nicht. Irgendwas mit Kräutern, oder? Ja, mit Pfefferschoten irgendwas, was Scharfes vielleicht. Das ist Pizzi-Was? Chili. Chili. Also ich frage mich über schwere Sachen. Das muss was ganz Lustiges sein. Therapie mit Pizza und Chili. Sie stellen aber verrückte Fragen. Eine Wärmecreme, oder? Oder eine kleine Chili. Nein, das muss ja was mit Reisen oder so zu tun haben. Wahrscheinlich sind sie hier vom Beauty24. Das ist irgendein Beauty-Produkt, ein Wellness-Produkt. Healing vielleicht. Pizzi-Chili, das ist eine ayurvedische Massage. Genau, und das ist irgendwas mit... Vom Ayurveda ist das eigentlich die Königskur mit warmem Öl. Und das Pizzi-Chili ist einfach traumhaft. Das war's für heute. Alles Ronge. Es war's für heute. Wired. Untertitelung des ZDF, 2020